Björn Kuipas ist ein niederländischer Fußballschiedsrichter. Werdegang, der Vater von Björn Kuipas, war ebenfalls Fußballschiedsrichter. Am 5. März 2005 debütierte Kuipas als Schiedsrichter in der Eredivisie beim Spiel Vitesse Arnheim gegen Wilhelm Zweitellburg. Seit 2006 steht er auf der Liste der FIFA-Schiedsrichter und darf seitdem internationale Spiele leiten. Seit Januar 2009 ist Kuipas einer der Elite-Schiedsrichter der UEFA, somit ist er für die Leitung von besonders brisanten Partien einsetzbar. Bei der U21-Fußball-Europameisterschaft 2009 leitete er das Finale, in dem Deutschland 4 zu 0 gegen England gewann. Das Finale des UEFA-Supercups 2011 zwischen dem FC Barcelona und dem FC Porto im Stade Luis II. in Monaco leitete er ebenfalls. Am 20. Dezember 2011 gab die UEFA bekannt, dass Kuipas als einer der zwölf Schiedsrichter nominiert wurde, die die Spiele bei der Fußball-Europameisterschaft 2012 leiten sollen. Er kam bei zwei Partien zum Einsatz. Am 15. Mai 2013 leitete Kuipas das Finale der UEFA Europa League in Amsterdam zwischen Benfica Lissabon und dem FC Chelsea. Im Jahr 2013 war Björn Kuipas beim Confederations Cup in Brasilien als einer von zehn Schiedsrichtern im Einsatz. Am 24. Mai 2014 leitete er außerdem das UEFA Champions League Finale 2014 in Lissabon zwischen Real Madrid und Atletico Madrid. Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien pfiff er insgesamt drei Partien, davon zwei in der Gruppenphase sowie ein Achtelfinale. Am 15. Dezember 2015 wurde Kuipas als Schiedsrichter zur Fußball-Europameisterschaft 2016 nominiert. Damit gehört er neben dem deutschen Felix Brüch zu den sieben Schiedsrichtern, die auch bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien Spiele leiten durften. Kuipas ist Geschäftsmann. Er studierte an der Radboud Universität Niemegen Verwaltungswissenschaften. Turniere Verwaltungswissenschaften. 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 Verwaltungswissenschaften.